willkommen zu einer weiteren folge folgendes bezüglich den skeletten um das zu machen was ich vorhabe muss man im kleines kleines bisschen stärker sein aber bis ich dazu komme wird eine etwas längere zeit vergehen und das war eigentlich auch schon es ist zeitverschwendung irgendwann mal werde ich das vielleicht machen können aber nicht jetzt ist es noch einfach zu prüfen weil euch vor dass wäre dieser finster geist nur hat alleine sind das viele buch ich habe gerade irgendwo hin hin gespuckt ok ok wegen dem skelett meine ich nicht das heißt zurück schild 15 wiegt das rad zurück zum schwert ja ok muss ganz lustig kann ich ab und zu benutzen aber nicht jetzt oder gut dann noch was der trolle ich ja ok oh bezüglich den 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 skelett kugel äh ich habe was herausgefunden was war folgendes äh skelett kugel nummer eins äh die von der treppe dort äh um die kann man sich tatsächlich kümmern und zwar muss man nur äh hier die sind eine skelett mit dem hut kennt ihr noch diesen skelett pro um den soll man sich kümmern ja hätte ich nie rausgefunden ehrlich gesagt hätte ich mich nicht interessiert was der sinn des skelettes ist so hier ist katakombe von kathos halli hallo hopp halli hopp 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 So. So. Genau. Die Kugel. Hey. Stopp an. Das war der. Nein. Du. Flicks. Ich hätte noch die Bombe. Ich glaub's nicht. So. Jawoll. Jawoll. Was? Ach, verflixt. So. Ich weiß, man hat sich gesehen, aber grad ist eben die Kugel zerplatzt. Man hat so ein Item Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Okay. Ja. So. Äh. Ich hab's jetzt aber drauf gemacht. Jo. Und Totenknachensplitter. Ich hab vergessen, wofür die noch mal gut ist. Jetzt weiß ich wieder. Ich kann also doch den Astort irgendwie upgraden. Warum sagt mir das keiner in den linken Kommentaren? Achja. Äh. 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 Zweite Kugel. Dass ich zu der jetzigen komme. Au. Blöder Wurf. Hand. Äh. Äh. Ich weiß, ich soll dich, soll dich nicht. Ich könnte einfach durchrennen. Ach komm, das mach ich mal. Ja. Ich wollte nur durchrennen. Ey. Ne, 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 ne. Stand weg. Weg. Das gibt's doch nicht. Oh. Mann. Natürlich. Bleib ich stecken. was auch sonst mann 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 hier 3 sind dankeschön das ist kugelnummer gut doch ein kopfhörer was mach ich denn für das zeug nein wii 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 Oh, ich kann es ja nicht. Oh, Darkhound. Das, das, das. Das, da. Ja, jetzt geht's hoch. Äh, den O-Fern war im Englisch. Also, das isch, den O-Fern war im Englisch. Der da. Ist nicht hier, wo ich den Stand-Wug durchleiste. Ah, Mann. Naja, war das nicht da sterbische Küche? Rollen, 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 rollen. Eins, zwei... Hä? Eine Krabbe? Was? Oh, get out. Oi. Oh. Krabbe, okay. Dankeschön. Ah, ja. Hier ist die zweite Kugel zerblattet. Was hat die? Mit dunklen Edelstern sogar. Mit Krabbe her. Wirklich? Komm, beiß mich mal. Die ist nicht so schwach. Okay. Okay, gut. Wie süß. Das ist halt einfach mal eine Krabbe drin. Krabbe gewesen. Okay. Äh, das war das hier, ne? Okay. Ja. Gut. Dann wären die Bälle jetzt auch mal erledigt. Was ist eigentlich da hinten? Was? Okay. Hier war ich noch nicht. Ich schaue mal da rein. Nope. Nicht reisen. Ich habe die Seelen vergessen. Verdammt. Nein, gerade. Dann komme ich nicht von... Ich komme doch von da auf. Mann. Ach, Mentalverwirrung. Bruchfrei. Oh. Ich gucke, was ist denn hier passiert? Mann. Du greifst mich an. Ich gucke doch nicht. Ich hab noch ein Ding durch. Ich hab noch ein Ding vorbei. ich bin ein bisschen du komm mit mir oh ja Was? 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 Warum? Warum wurde er nicht unterbrochen vom Angriff? Mann. Okay. Jetzt aber. Jetzt haben wir es. Ach du. Kleine, nervige Ratte ey. Oh. Oh. Kann ich mich eigentlich vorbeischreißen? Ja. Wow, okay. Okay. Ah, Glatsch. Gut. Jetzt wird's lustig. Die Bomben. Gut, kommt wieder raus. Gut, nicht. Na? Ja, komm ja, du. Ja, gut. Rein, die Narn. Es sind nicht so viele runter... Okay, das habe ich mir nicht... Oh, runterklettern? Nein, aber Moment, jetzt... Oh Mann, ich wollte mehr killen. Das war ja blöd. Cool. Okay. Okay, nicht eigentlich. Oh, lol. Ja, und jetzt? Nein, das ist vielleicht ein Boss Arena. Das war jetzt echt blöd. Ich wollte eigentlich mehr killen. Hm. Okay. No. So, was haben wir hier? Das ist eine Boss Arena, logisch. Ach komm, was wollte ich. Nein, der Kampf geht ja nicht sofort los, ne? Soll ich von hier rein? Da ist irgend so ein Altar. Äh... Okay, ich gehe doch lieber runter. Ich habe, das ist irgend so ein Meisterkarpot oder so. Wo ist das nächste Lagerfeuer? Ja. Ja und weiter. Was soll ich hier mit der Brücke? Wow. Ja, toll. Hm, okay. Willkommen in den Minen von Moria. Oh, nein. Was? Was? Oh, Mann. Äh, wo sehe ich gegen... Sag mir nicht, du kannst hier hoch. Ist deine Treppe? Du hast eine Treppe. Kannst du hoch? Nein, oder? Ich schaue mich nur mal um, wo ich mich einfahre. Das ist eine Truhe. Das ist... Okay, nein. Das ist eine Mimik. Das ist eine Mimik. Ich habe sofort gesehen. Und mal ohne Lagerfeuer. Wie komme ich hier rüber? Hm. Ich... Hm... Verzeiht mit meiner Unsicherheit, aber ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Ich meine, muss ich jetzt nicht Lagerfeuer haben oder resettet sich die Brücke? Ich weiß es nicht. Ich will noch mal im großen Raum schauen. Da muss ich den Dämon besiegen erst mal. Wenn ich fahle? Äh... Und was nennt das da... Äh, ah, keine Ahnung. Hm. Ach komm, ich nehme den Dämon. Ich habe den nicht schon mal genommen, also. Mann. Ah. So. Oh Gott, nein, nein, nein. Das ist doch nicht wahr. Ey, das ist doch nicht wahr. Warum bin ich denn nur so schlau? Bin ich hier? Toll. Und die Brücke? Ich glaube, das werde ich jetzt wohl oder lieber herausfinden. Oh. Ja, wohl vorbei. Ich wollte gerade einen epischen Kampf machen, aber... Nein. Meine Intelligenz muss ja wieder durchschlagen. Komm, Mama, ratet. Komm, Baby Ratte. So, komm, Assassin Street. So, ich nehme Wetten an. Ich werde die... Aus Game-Designerischen Gründen ist die Brücke noch da. Wieder da. Außer das war so ein Einmalding, die Mimik. Dann würde ich sagen... Die Brücke ist da. Was ihr glaubt, schreibt es in die Kommentare. Jetzt. Gut gedeutscht. So. Fertig? Fertig. Okay. Dann mal los. Oh, die Brücke. Ja, die Brücke ist tatsächlich wieder da. Sehr nice. So, jetzt bin ich nicht verreckt. Überlebt. Was noch wichtiger ist, wurden meine Seelen. Hä? Ich sehe die Seelen nicht mehr. Wow. So krass sterben muss man auch erst mal können. Dass man die Seelen verliert. Hallo. Ah. Oh, nein. Bloß nicht. Bloß nicht. Oh, nein. Da habe ich erwischt. Mehr. Viel mehr. Oh, gibt da was? Äh. Seelen, wo seid ihr? Hallo. Seelen. Wo seid denn ihr? Ah, nicht runterrutschen. Nicht runterrutschen. Da sind sie nicht. Wo sind die Seelen? Seelen. Ah, da sind sie. Okay. Ich glaube, sogar Demonstration. Ich bin nicht runterrutschen. Ich glaube, dass ich schon wieder ausrutsche. Na, hallo? Komm. Feuer, wie geil ist. Nein, komm, 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 ich werde ungebültig. Kommst du durch? Nein, du kommst nicht hier durch. Sag mal. Hallo, hallo, hallo. Ich weiß, du wirst mich locken, aber ich lasse mich nicht locken. Was machst du hier unten? Kommst du überhaupt hier unten rein? Nein, du, komm, trau dich. Na los, na los. Au, Junge, was? Was war das? Oh, mein Dimmel. Time out. Rum. Oh, mein Dimmel. Näh, 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 näh. Gibt's was gegen Feuer? Ja. Ach, du Heilige. Äh, Feuer. Drei. Hier. Okay. Fünf. Eins. Ach, warte mal, hatte ich nicht schon mal diese Kleidung an? Okay, elf, eins. Zwölf, fünf. 13, neun. Genau. So, noch. Drei, 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 sieben. Äh, nee. Gut, das war das. Warte mal. Moment. Klingeling. Äh. Sieben. Sieben. Acht. Eins. Okay, okay. So. Sieht jetzt aus. Weiß. Halt, noch was. Das Schild. Äh. Äh, genau, der. Äh, wer reduziert vorher schaden, trächt nicht. Genau. Jetzt bin ich bereit. Kommt doch her, du. Trau dich. So, ich komm, komm, ich komm. Ah. Oh. Was? Hoch, du Heilige. Nein. 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 Wie hat er mich erreicht? Warum fand er sich nicht. Nein. 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 Okay. Oh, ah. Oh, mein Himmel. Dabei halte ich ihn doch fast. Oh, mein Himmel, macht der einen Schaden riesiger. Oh, mein Himmel. Oh, mein Himmel. Oh, mein Himmel. Hallo, komm zu mir. Yes, very good, very good. Gut, jetzt ist der da. Da verfolgt mich, ne? Da verfolgt mich der Typ. Dann weiter ran. So, das war weiter. Na? Oh. Oh. Mann, dummer. 1, 2, 3. Oh, nice. Ja, Killing. Als ob das Skelett ihn fertig macht. Muss vielleicht nicht ihn, aber mich. Äh, ja. Skelett, vor so Sinn. Just team. So, Skelett. Ja, ich glaub's nicht. Das klebt. Hab ich da aufs Skelett gesetzt? Ich glaub ja, ne? Seele eines Demons. Ja. Ja. Rufmachete. Ist hier kein Nagerfeuer? Nein. Okay. Ja. Geheimsfach? Nein. Geheimsfach? Nein. Geheimsfach? Nein. Geheimsfach? Geheimsfach? Nein. Geheimsfach? 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 Ja, und jetzt weiter runter, oder? Das wäre ja cool. Ah, ja. Äh, okay. Komm her. Na, hallo, hallo. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Die Folge geht schon wieder gleich 40 Minuten. Na? Ah, ja. Oh, he, 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 boy. Na, ja, kein Gehirn. Hätte ich ihn hier runterlocken können zu mehreren Skelettig? Das wäre auch lustig gewesen. Ja, komm her. Komm her. Nein, du. Hallo. Komm her. Oh, wow. Oh, wow. Ah, du hast ein Gehirn diesmal. Okay. Ja, komm her. Komm her, du. Yes. Very good, very good. So, now you. Ah, ja. Ach, ja. Ich habe die Augen vergessen. Stimmt ja. Jetzt lässt doch belegen. Na, du, komm. Jo, komm. Komm. Willst du mich nicht? Na? Hm. Yes. Naja, fast. Komm. Na, komm zu ihr, Rivali. Los, rein. Naja. Ach, Mann, komm. Du bist, dass ich unvorsichtig werde, ne? So, Phase Nummer 1. Das darf Phase Nummer 2. Yeah. So. Oh. Oh. 6-2. Hallo. Was kommt der? Na, komm. Kommt der? Ja. Hmm. Au. Yes. Very good. Namameya. So. Das hast du. Prost, Titanichabe. Dankeschön. Dankeschön. Ah, alles klar. Nein, ich bin nicht zu Ende geheilt. Dann bist du dran. Sehr gut. Nein. Ui, du, hu, palalalalalala. Na? Mann. Scheinbar ist nicht jeder gut eine Rolle zu machen. Und anzugreifen gleichzeitig. Wo kommst du denn her? Ach, du hast dich einfach wiederbelebt, oder? Oh, Mann, mach ich mich hier nicht. Ich bin für jeden da. Yes. So, waren das jetzt alle? Sehr gut. Will hier noch jemand sich wiederbeleben? Nein. Hier. Nein. Okay, wäre gut. Ja. Hm. Ach, weißt du was? Komm. Äh. Ah. So. Ist da ein Geheimgang? Nein. Ist da ein Geheimgang? Nein. 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 Ah ja, nein. Lager Feuer. Ah, nein. Huh. Yes. Nein. Nein. bin ich hier ja hinsetzen ja okay sehr gut ich würde sagen das war es diese folge die wird vielleicht nicht so lange diesmal danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal bei